hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge vapes investigation ich bin der simon das ist der horst und es ist mal wieder schnellschusszeit ja wer hätte das gedacht das mentholverbot wackelt es ist ja so es gibt im moment eine anstehende änderung zur tabakerzeugnisverordnung da sind diese ganzen stoffe drin die jetzt nicht mehr in liquids rein sollen unter anderem ist da auch drin das mentholverbot und bevor das ganze gültig wird muss der bundesrat dem zustimmen die entsprechende sitzung wird sein am 12 mai nun ist es ja so moment jetzt hätte ich beinahe vergessen immer noch der eisdick 100 tc mutation v4 und coilglaze berry blues das ist schon die zweite flasche die erste die ich mir auf der messe geholt habe in frankfurt ist schon leer passt auch sehr gut zum thema denn menthol aromen sind auch teil von blaubeer ist auch menthol mit bei schmeckt man nicht oder merkt man nicht direkt aber ist tatsächlich teil von blaubeer aromen und es ist also so dass natürlich nicht jeder bundesratsabgeordnete sich mit jedem beliebigen thema und die kriegen da ja alles auf den tisch haushaltspolitik innere sicherheit waffenexporte was weiß ich tausend sachen und da kann natürlich nicht jeder in jedem thema so drin sein ist einfach nicht möglich muss man realistisch feststellen das ist nicht möglich deswegen gibt es fachausschüsse in den fachausschüssen sitzen jeweils abgeordnet die sich dann zu bestimmten themen sehr gut auskennen da sehr belesen sind und sich dann ein bisschen intensiver einarbeiten und die sprechen dann empfehlungen aus die machen dann so eine kompakte argumentation dass andere abgeordnete quasi nur lesen müssen das sind pro und kontra argumente und dann für sich entscheiden können okay ich stimme dazu oder nicht insgesamt haben sich drei ausschüsse mit dem mit der änderung der tabakerzeugnisverordnung befasst und zwar ist das einmal agrarpolitik und verbraucherschutz das ist wirtschaft und gesundheit der gesundheitsausschuss hat gesagt kann man so zustimmen was leider keine überraschung ist die beiden anderen ausschüsse die gemeinsam am 24 april das ganze besprochen haben sind aber zu einer völlig anderen erkenntnis gelangt und zwar haben die sich der argumentation vom bündnis für tabakfreien genuss angeschlossen also bftg war ja zusammen mit dem professor bernd meyer kürzlich beim bundesministerium für ernährung landwirtschaft verbraucherschutz also beim bm el wo dieser gesetzesentwurf geschrieben wurde und haben den erklärt warum diese ganze argumentation mit ab 24 milligramm nikotin würde menthol quasi dieses negative empfinden verschleiern warum das blödsinn ist und zwar aus zwei gründen erstens weil so große nikotin stärken sowieso nicht verkauft werden dürfen womit das schon mal ganz offensichtlicher quark ist und zweitens weil auch wissenschaftlich nachweisbar unter 20 milligramm eigentlich sogar das gegenteil der fall ist womit diese gesamte argumentation warum man also menthol in liquids verbieten will totaler blödsinn ist also dem schließt sich schließen sich diese ausschüsse auch an und sagen ja es ist quark wir sehen das auch so und die führen also auch weiter aus dass das auch nicht so gewollt ist in der tabakprodukt richtlinie also die greifen da noch mal sehr rein in diese europäische rahmenregelung und sagen das ist das mentholverbot bezieht sich ganz klar auf rauchtabak waren und dass man quasi in deutschland alleine nur in deutschland auf die idee kommt dass auch auf liquids zu beziehen ist auch ziemlicher unsinn was ich besonders pfiffig finde was ich wirklich besonders pfiffig finde ist dass diese beiden ausschüsse dem gesundheitsausschuss der das ja quasi relativ unkritisch abnicken will versuchen eine goldene brücke zu bauen indem sie also sagen mentholverbot ist quatsch weil die argumentation quatsch ist was man stattdessen machen könnte ist höchstmengen für menthol festlegen und könnte also sagen wir regulieren das schon ja also man reicht dem quasi die hand kommen das komplette verbot ist blödsinn aber bei einer regulierung mit höchstmengen da sind wir dann dabei so dass die dem quasi zustimmen können ohne ihre position komplett aufgeben zu müssen das klingt vielleicht jetzt ein bisschen blöd das ist aber tatsächlich finde ich politisch ein sehr kluger schachzug apropos politischer schachzug wer jetzt von euch noch einfluss nehmen möchte wie gesagt die entsprechende sitzung in der das entschieden wird ist am 12 mai der kann ja mal schauen ob an bundesratsabgeordneten irgendwo in der nähe hat und den ansprechen persönlich per e mail wie auch immer und den mal darauf hinweisen da gibt es also eine ausschüssempfehlung von zwei ausschüssen die da sehr sauber begründet haben warum das nikotin das mentholverbot in liquids totaler blödsinn ist und sie sich dem bitte anschließen sollen sie sollen sich mit die argumentation angucken und dem bitte auch folge leisten könnt ihr machen ja hindert euch keiner warum denn auch nicht einfach nur um sicherzustellen dass das die große masse der abgeordneten sich das nicht erst den tag oder einen vorher kurz überfliegt sondern sprecht die an sagt den lest das versucht das nachzuvollziehen es ist blödsinn egal wie man es dreht und wendet und zwar aus allen perspektiven aus einer wirtschaftlichen perspektive aus einer gesundheitspolitischen perspektive und auch allein vom gesunden menschenverstand her ist das quark das zu machen und man soll dem bitte folge leisten das heißt der bundesrat sollte das ding ans bml zurückfeuern mit diesen entsprechenden änderungswünschen nämlich dass das mentholverbot einfach raus fliegt weil es halt quark ist so das soll zu diesem thema gewesen sein ich verlinke dazu noch die berichterstattung von anderer stelle und natürlich auch die entsprechende ausschüssempfehlungen könnt ihr euch dann selber mal durchlesen ansonsten habe ich noch einen kleinen hinweis an eigener sache wer es noch nicht kennt ich habe ja noch ein zweitprojekt neben dem youtube channel und zwar den audio podcast web and run de hier steht es auch da ist inzwischen seit gestern jetzt schon die dritte folge draußen wer da bock drauf hat kann da mal reinhören freue mich natürlich auch über fünf sterne bei itunes ist nämlich auch bei itunes auf der seite seht ihr dann auch den den link zu itunes wenn ihr das dann nicht direkt suchen wollt ansonsten ihr kennt das spiel teilen liken erzählt euren freunden unterstützt mich auf patreon bis zum nächsten mal euer simon ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020